es jascht unwetter über deutschland noch nicht ganz so krass wie vor es ja aber meine straße könnte wieder überschwemmen handy halten nicht so leicht ich werde an dieser stelle noch mal ein video von portia verlinken als die straße unter wasser stand ich warte drauf sollte sich noch mal so ein unwetter eignen werde ich das natürlich auch für euch filmen bitte freuen wie es denn kleiner nachdreh es wird mehr und es muss schon mal ohne dass ich es mitbekommen habe zwischendurch muss es schon mal mehr geworden sein weil sich noch mitte der straße und strich gebildet hat also im jahr es war schon mal wieder am überlaufen alles ist unwettert und schwemmt unwettert und schwemmt und schwemmt mal sehen ob es noch ein dritter clip dort und auf das video jetzt beendet ist mal gucken